Herzlich Willkommen zu OZI Earth Adventure. In den letzten zwei Folgen haben wir uns durch dieses elektrische Level hier geballert, geballert, gejumpt, geballert, gejumpt, nur gejumpt. Und jetzt gucken wir mal, was auf uns zukommt im nächsten Level. Hey, ich bin gespannt. Äh, whoop. Ja, press any key. Okay, nix. Restrictive Error. Okay, anscheinend nix, was irgendwie was Neues für uns beinhaltet, sondern wieder so ein elektrisch Ding. Aua. Ich, ich, irgendwann kriege ich es mal hin, dass ich dieses Nachrutschen etwas besser einschätzen kann. Ach, guck mal, da ist unser Schattenfreund wieder. Der ist mir in den letzten zwei Folgen gar nicht aufgefallen, also im letzten Level. Warum er gar nicht da war, weiß ich nicht. Ähm. Ach, jetzt zeigt er uns da unten was. Hm, ich könnte aber wetten, dass da oben, dass es hier unten weitergeht und da oben so ein Stern ist. Deswegen gehen wir lieber... Wow, das war knapp. Ja, da ist er doch. Guck. Hatte ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Wisst ihr, der zeigt uns nämlich gerade, wo er inspringt. Alter. Au. Au. Ja. Okay. Warum war unser Schattenfreund nicht da? In dem letzten Level? Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Ähm, hier ist nichts besonderes, also können wir einfach darüber jumpen. Och ne, hier haben wir wieder so weit. Okay, aber das ist zum Glück halb so wild. Das ist nur so ein Moment, wo man dann erst denkt, oh, fuck. Und dann auch, du katsch. Hier wiederum ist er etwas heikel. Hup, weg mit dir. Und, hup. Hier kann ich dann durchlaufen. Ich wollte jetzt schon springen, ne? Den Jungs konnte man, glaube ich, nichts. Der erste Jackpot, hey. Die ballern die paar Freunde hier. Guter Schitz. Oh, hier waren sie noch so Pfützen. Oh, oh wow. Kaum habe ich die Pfützen gemerkt, schon kriege ich ein Problem damit. Alter, boah. Oh, was war mit dem Kerl? Ach, der stürmt, glaube ich, ne? Ja, der stürmt. Ähm, das war einer, der ballert. Wow. Ja. Hö, hö, hö. Was zeigt uns unser Schattenfreund hinterher? Auch einfach nur weiter. Okay. Ach, da ist noch so ein Stürmi. Okay, den können wir aber hinterher schleichen und, hup, da rein. Hö, hö, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Hup. Oh, da kommen Stacheln. Boah, das war, das war mal richtig knapp. Papp. Weg damit. Alter. Was ist das? Okay. Öfter mal was Neues. Ähm. Ah, guck mal da. Ich bin vorsichtig, ich weiß ja nicht, was da unten ist. Ähm. Ein Checkpoint. Und, also hätte ich vielleicht da oben doch erstmal weitermachen sollen. Komm ich da wieder hin? Ja. Was ist das hier? Hm. Okay. Na, na. So, und hopp. Bing. Dann hier erstmal noch da. Da wird wahrscheinlich noch ein Sternchen versteckt sein. Ne, ein Knopf. Okay. Was hat der Knopf jetzt gemacht? Werden wir es erfahren? Hm. So, lass mich durch. Ach, der hat hier bestimmt aufgemacht. Hier ist noch nicht so ein blauer Pfeil da rum. Da ist wieder so eine Rutschefütze. Ja, ja, Rutschefütze. Ja, 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 Rutschefütze. Verdammt. Verdammt. Boah. Komm. Here they go. Plopp. Was macht der? Tut der die Mutant Orange, keine Ahnung, bewachen? Plopp. Checkpoint. Ähm. Oh. Halt ich doch da fest. Ähm. Warum ist unser Freund nach links gegangen? Damit kann ich auch nach rechts. Ja, gut. Ja, super. Ja, super. Hier bin ich ja schon ein großer Freund. Ah, da ist ein Knopf. Hopp. Aber schießt trotzdem noch weiter. Finde ich jetzt schade. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ah, ein stürmender Freund. So. Und der hat mich gekriegt, ey. Die Sau. Hopp. Äh, 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 äh. Äh, 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 du kriegst mich nicht. Wow. Wow. Da habe ich mir beinahe den Bözel verbrennt. Das ist ja gemein, ey. Okay. Jetzt sind hier beide Türen auf. Wow. Lauf, 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 lauf. Ähm. Ja, gut. Wow. Wow. Ja. Hopp. Haben wir doch. Warum ist die Tür dann nicht auf? Das finde ich jetzt nicht so gut. Wow, 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 wow. Puh. Jo. Äh, so was hat man doch auch schon hier. Hopp. Hopp. Ähm. Wo zeigt er uns? Er zeigt, macht nichts. Okay. Alter, ehrlich. Da, super. Ich bin natürlich voll da rein. Ja, und nochmal. Und bin natürlich dann auch platt. Ist ja klar. Die Stelle ist aber... Wow, wow, wow. Hoch, hoch. Okay. So. Hups. Hupsi. Hupsi. Wow. Ja, ich bin aber auch zweimal gleich dämlich. Man. So, jetzt. Jetzt ein bisschen konzentrierter an die Geschichte. Oder auch nicht. Äh, ne, links muss man. Na, spring da dran. Spring da dran. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. So, und los. Und hopp. Zum Glück gibt es hier eine Abkürzung runter. Bam. Das war noch in die andere Richtung. Okay. Mach mal das. Das ist ein Checkpoint. Moment mal, gab es da unten nicht auch noch was? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Wow, das ist eng. Bling. Drei von fünf. Irgendwas sagt mir, dass wir gleich einen Stern nicht haben, weil wir da unten hinten weitergehen müssen. Okay, da den Stacheln. Stopp. What's this? You have to be very carefully in the secret security error. The door will close if you are detected. To turn off the alarm, you have to return to the beginning of security. Security error. Achso, die Lichtstrahlen dürfen mich wahrscheinlich nicht erwischen. Okay. Na gut, wenn man es denn mal weiß, ist das ja auch nicht so die Problematik. Achso, da kommt eine Lücke. Ich wollte gerade sagen. Ich lasse mich durch. Wieder eine Security error. Okay. Auf der Morat Neues hier mit den Kameras. Und hat jetzt... Verdammt. Ja, geh doch runter. Naja, wenigstens kann man da nicht sterben, sondern muss nur zurück. Das ist doch schon mal was. Hat jetzt was... Hat jetzt was von einem Stealth-Game, wo? Hoppsa. Komm, geh aus. Ist übrigens nett von den Kameras, dass die so einen schönen Lichtstrahlen machen, dass man auch sieht, ob sie ansehen oder nicht. Okay, die kommen wieder hoch. So, und hupsa. Und hupsa. Und hupsa. Checkpoint. Ähm, nichts ist die Security error. Okay, ach, auch unsere Lümmel. Wo sind denn die Lampen? Hm. Okay, gehen wir einfach mal. Hallo? Bist du da rein? Boah. Ach, der löst den Alarm aus. Ah, okay. Wenn man uns dann weiß, ist das ja auch okay. Dann geh mal wieder, Junge. Hopp, 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 hopp. Oh. Warum hat der... Hm. Bin ich jetzt aber, ne, so ein bisschen... Hat der mich anscheinend noch gesehen, der Dreck sagt, ja. Flitz, 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 flitz. So. Hab, dem hinterher. Und... Flitz, 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 flitz. So. Und dazu wieder Fließbänder. Ah. Ja gut, solange sonst keine Probleme sind. Ähm. Wow. Verdammt. Boah, da war das ja mal richtig glatt. So glatt waren die sonst bisher nicht. Ach, ja. Ja. So, okay. Mann. Alter Schwede. Aber er hat uns ja gezeigt, wenn man da springt, kriegt man es unter Kontrolle. Ja gut, haben wir bisher immer so gemacht, ne. So. Ja, her aus. Na. Hopp. Ach. Deswegen hatten wir auch bisher nur wenig Probleme. Wir sind immer nur gesprungen, ne. Wir kamen immer springend auf diese Flächen und nicht mit Sprungen. So wie jetzt. So, Checkpoint. Und da oben ist mit Sicherheit was versteckt. Jo. Jo. Ähm. Okay. Na, Bruch da. Oh ja. Okay, war halb so wild. Hopp. Hopp. Hopp.